Musik Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge SG Und ja, äh, meine Frisur ist komplett zerstört Mit dabei ist Reeps, komischer Start, oder? Jaja, besser Start, ich jedenfalls Besser Start, Leute Und wir spielen heute Team SG Auf Das MC, meine Freunde Das MC, nein Und wir haben kein Thema anzusprechen Das heißt, es könnte auf jeden Fall wieder komplett psychisch krank werden So, ich hab ein Eisen-Dings Du weißt Bescheid Ne? Ich hab Bescheid oder the fuck? Äh, Reeps sind wir nicht, äh, krank Also wenn ihr, ähm Ich hab ein Steinschwert für dich Ich hab ein Steinschwert für dich Von der Eisenachs Warte mal, ich guck mal in kurz Oh lol, wie viele Kisten hier sind, Alter Ich loote die jetzt alles, sorry Ja, hier sind überall Kisten grad Ich seh grad überall Kisten Degas, hier sind überall Kisten Guck dir's an Guck dir an, Alter Überall Kisten Das ist ja die krasseste Map Das ist die krasseste Map, Mann Hier sind überall Kisten Hier, ich bin vor dir Äh, hast du Steinschwert? Jo Nice Loll, Leute, hier sind überall Kisten Richtig geile Map Die ist voll gechillt, oder? Die ist überall getrieben, gechillt Okay, noch leben alle Spieler Noch, meine Freunde Gleich rasieren wir Was hast du für ein Schwert? Äh, ich hab ne Steinaxt Okay, mehr hab ich Also was Besseres hätte ich jetzt für den Hä, Steinaxt? Ja Ich hab ne Eisenachs Oh no Oh, he didn't Warte mal, vielleicht hab ich noch Schuhe oder sowas für dich Ja, ich hab nen Helm Hose Ah, ne hä Hosebraut raus, du So Dann Komm mal hier Komm mal hier, Mama Äh, Alter, wie gechillt ist diese Map denn bitte? Okay, ich hab noch nen Buschfanzer Warte, ich komme Ich hab irgendwo einen Lagen greifen gesehen Ja, das ist ein bisschen komisch für AchterSG Da kommen manchmal so Hackern, äh, für, für Anti-Kill-Aura-Hacker Kommen hier manchmal so Namen Aber Ja, Leute Ja, ja, ist leider so Aber mindestens ein Fight müssen wir jetzt in dieser Runde haben Das ist doch schon mal ganz toll Guckt gerne beim Reefs vorbeide, aber im Moment nur Random Videos hoch Also, wer Bock auf Random Shit hat Guckt gerne mal da vorbei Also, was heißt Random Videos, halt Irgendwelche, irgendwelche Videos, wo er grad Bock drauf hat Das ist geil, weißt du? Ach, ich war's Und, kommst du? Ja, ich bin ja, äh, soll ich Vollzeit, ey, ich hab schon gemacht Könnt ihr gerne beim Vorbeigucken in der Nahrung von mir da lassen Schreibt Hashtag Herr Armin in die Kommentare von ihm Das wärmt sie voll Oh, ich hab nen Kompass, nice Okay, lol Hast du die Kiste unten gelootet, die hier im Sand versteckt ist? Äh, weiß nicht So, ich hab dich jetzt markiert als Teampartner So, jetzt lass mal erstmal Gegner suchen Also, wir haben noch fünf Gegner Ne, wir haben drei Gegner, die uns potenziell hier gefährlich werden Können können Du kannst sieben Leute markieren Also, du kannst sieben Teammitglieder da markieren Ja, das ergibt Sinn, ne? Ja, das ist sehr schäflich Ja, du kannst also Sieben Team Ein Achter ist die Eigentlich viel zu OP Warte mal Okay, ich seh nen Spieler, der hat übergutes Equip Ich hab nen Spieler, der hat übergutes Equip Und du hilfst mir nicht Find ich gut Hilf mir Pass auf, pass auf, pass auf Hab ihn Hab ihn, hab ihn Nice, nice, nice Nice, meine Freunde Nice, okay Nee, warte mal, ich hab ne Hose für dich Guck mal Perfekt Nee, nee, nett Okay, Leute, da haben wir schon Jo Und wie ich gehört hab, gib auf deinem Video mal wieder ein vernünftiges Minecraft-Video Ist das nicht toll? Das ist nicht toll Nee, wirklich jetzt? Äh, wann? Ja, meintest du doch Ja, ja, ähm, es kommt mal wieder ein neues Minecraft-Also Ich weiß ja nicht, wann du das hochlehnst Also heute ist der Ach so, heute Okay, warte mal, ich guck mal, was ich Also, wo bist denn du pünktlich? Hast du, ey, warte Ist hier irgendwo ein Craft & Table, da kann ich mir, äh Guck mal, ob ich da Oh, nice, ein Eisenbruchspanzer Nice Eisenbruchspanzer? Hatte ich hier, war da drin Nice Hast du, äh, hier irgendwo ein Craft & Table, weil dann kann ich mir ein Eisenschwert machen Äh, äh, in der Mitte ist denk ich mal einer Okay, warte mal, hier ist nichts mehr drin Oder sollen wir lieber zum nächsten Spieler gehen, weil es ist nur noch einer Deswegen, das bringt gar nichts ein, nicht jetzt Noch einer? Ja, das wird gleich eine kurze Runde, Leute Aber, kurze knagge ich, meine Freunde Werbelteam, halt dein Alles Klar, lass mal gleichzeitig Äh, du hast keine Freunde Du hast keine Friends Drei, zwei, eins, jetzt Jetzt Oh, nein That was Action Okay, hier ist der Craft & Table Äh, ja, gönn, gönn ich mir Warte mal, ich hab sogar noch Eisen Nee, da nicht Wir sind richtig miese Freunde, Leute Nein, äh, hey, wo? Ah, da So, jetzt bin ich gleich gespannt, wer von uns beiden ist gleich gewinnt Okay, wo? Hä? Wo ist denn der Typ? Der müsste hier irgendwo sein Hier ist der irgendwo Hier Komm mal hinter Der ist hier Der ist hier irgendwo in der Nähe Warte mal, kann man das so sehen? Ah, 17 Blöcke ist der entfernt Warte kurz, warte kurz Ich muss kurz, äh, nach dir gehen Okay Der ist, der ist jetzt 20 Blöcke Hä, wo ist der? Er kennt sich nicht Ich hab, ich hab, warte mal Ich hab einen Kompass für dich Gib mal her Oh, da hast du auch einen Bläserkomme Ja Ich muss kurz in-tracken, gell? Ja Mach das mal Äh, der müsste Hä, wo ist denn der? Warte mal, ich glaub jetzt einfach mal Achso, nein Warte kurz, warte kurz Ich muss kurz in-tracken Sorry Ich glaub, man kommt hier irgendwo raus Warte, mach es, mach es Ja Komm auch kurz her Ich muss kurz in-tracken Warte, ich weiß gar Ja, mach Mach 30 Blöcke ist der entfernt Wir müssen hier lang Hier ist irgendwo Ja, ja, ein Block Ah, ne, jetzt hab ich dich wieder getrackt Ich weiße Hier seh ihn Der ist da oben Ja Und du wuchst ja da Okay, weiter Ich krieg das oben hin So, Leute, jetzt Und Jetzt getrackt Der krasse Endfight Wo ist er? Hä, der ist hier irgendwie ins Haus reingegangen Ja, hier ist er Hä? What the fuck? Nein, 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 nein Oh, lol Der ist da oben, oder? Über uns Nein, das hab ich geplaced Vier, vier Blöcke Vier Blöcke, vier Blöcke Irgendwo, irgendwo hier ist er Hä, wo ist er denn? Nein, der ist 67 Blöcke Weil der ist weggelaufen Nein, der ist ein Ah, ja, ein Block Was bist du? Nein, wir sind aber so ein bisschen Hä, was ist das für ein scheiß Camper? Nein Ich bin hier runtergefallen Warte, warte Ich such den jetzt Ich such den jetzt Ja, warte Ich muss ihn nochmal ein-tracking Bleib mal kurz stehen Ja, ja So, jetzt 25 Blöcke Okay, hier ist er irgendwo Ich seh ihn Ich seh ihn, ich seh den Namen Okay, der ist da oben Der ist hier 6 Blöcke Entfernen Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Der ist der Der ist bei mir Warte, oh mein Kriegst du ihn? Nein, er muss mich weg Der Hund, alter Hab ihn Hab ihn vielleicht Nein, er muss mich auch Er muss mich auch Aber ich hab keine Woche Ich hab kein Boot Das ist das Problem Warte mal, okay Hä, Leute Das kann es nicht sein, dass wir jetzt verkacken Das wird nichts passieren Oh mein Gott Was? Komm, komm Ja, komm Er hat 100 pro Hacks, glaube ich Also ich bin mir nicht sicher Aber 100 pro, ohne Spaß Nein, nein, er hackt nicht Er hackt nicht Er hackt nicht Nein, nein, nein Nein, nein, er hackt nicht Sorry an dich, wenn du das Video siehst Hast du auf jeden Fall nicht schlecht gespielt am Anfang Man dachte kurz, dass du gehackt hast Aber Hab ich mich wohl vertan So, wo ist Ah, guck mal jetzt Ich geh mal nochmal zur Mitte Und dann mach ich mir was Also jetzt sind wir Feinde, okay Wir sind jetzt Feinde, meine Freunde Warte, ich guck mal eben kurz, ob die Kamera noch läuft Ja, weiß Mach ich jetzt immer eine Aufnahme Ich weiß Weil ich übel Schiss hab jetzt Weil die Kamera hat im Moment so ein bisschen seine Tage Ich liebe diese Tage Okay, halt der Maul So, scheiß Also ob jetzt sind wir Gegner Okay, so So, Leute So, Leute Dann soll ich ein sehr faires Deathmatch werden Do shit, Alter Okay Äh, ja So Ah, okay Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, ich bin so gespannt Okay Warte mal ohne Bow, oder? Ohne Bow, ohne Bow, ohne Bow, oder? Machen wir mit Bow Ich hab keinen Doch, lass halt mal mit Bow machen Mit Bow? Ne, lass ohne Bow Ohne Bow Ey, Reeps Reeps Reeps, guck mal, ich bin Magier Guck mal einmal kurz Guck mal einmal kurz in meine Hand Okay Los, lass jetzt go machen Drei, zwei, eins, go Okay, Leute Fight geht los Mit LeReeeps Es ist der echte Oh mein Gott Ah, ha, ha, ha Dich gefickt, Digga Oh, Jumi, ich war Du hast bessere Sachen Und ich hab dir genau gleich Hits gegeben Mann Du hast einfach bessere Sachen als ich Scheiße Egal, trotzdem eine geile Runde Leute, wenn euch gefallen hat Dann würde ich mich echt freuen Wenn diese Kopfhörer gleich wieder funktionieren Fockt auf jeden Fall schon ein wenig ab jetzt grad Vor allem, ich hab einfach Ich hab einfach gerade so Ich denk mir grad so Ja, Jolo, jetzt gewinne ich, easy Halt dein Maul Also, Leute Ich such mir jetzt gleich noch ein paar mehr Ausreden auf Warum ich verloren hab Äh, gehabt Hi Ciao, Leute